Alles steht still, nicht ganz. Die Schweizer Musik bewegt sich. Das Hallenstadion ist zwar leer, aber es ist gleich gefüllt mit Musik. Und einfach hinter die Ohren schreiben. Alles wird gut. Ich bin kurz davor, Tränen zu haben. Wir sind seit zwei Wochen Tag und Nacht an diesem Ding am Bauen. Und es beginnt an. Ich bin gerade recht emotional. Ich finde es wunderschön, dass wir das alle machen. Wir hatten letzte Woche vier Konzerte. Wir waren unterwegs. Wir hatten eine Musik gemacht. Das ist natürlich eine extreme Umstellung. Aber es ist gleich so, wie es ist. Ich finde, wenn man selber wie betroffen ist und Solidarität zeigt, dann kommt sie noch umso tiefer und umso mehr von härter. Ich muss nicht mehr raus und ich muss zu Hause bleiben. Die Sonne hat geschonet, bis der Nebel kam. Wenn ich zugeschaut habe, wie sie gefressen wird. Wir können keine Konzerte mehr spielen. Unsere Techniker haben keinen Arbeit mehr. Wir versuchen das Beste daraus zu machen. Und das machen wir jetzt. In dem Dorf von hier kommen, wie man meistens gerade grüsst. Man braucht ein bisschen Geduld. Noch ein bisschen zu Hause bleiben und dann kommt es gut. Man wird nicht mehr entzogen. Viel Liebe zu geben. Als wäre das etwas, das das Leben langweilen wird. Meistens spürt man etwas, das fehlt erst, wenn es nicht mehr da ist. Wir haben letzte Woche auch ein kleines Streamingkonzert gemacht. Hier aus meiner Stube raus. Dann gab es auch viel Feedback über den Chat und Social Media. Das war nicht genau das Gleiche wie Applaus, aber es war trotzdem ein schönes Gefühl. Man hat gemerkt, dass das schon ein bisschen fehlt. Ich kann doch nicht mehr so sein. Ich kann nicht mehr so sein. Ich kann nicht mehr so sein. Ich denke nur noch an dich. Ich denke nur noch an dich. Ich denke nur noch an dich. Ich denke nur an dich. Schweizer Musiker und jeder Musiker ist natürlich am liebsten auf der Bühne. Ich bin einfach nur stolz. Ich habe ruhig mein Glück gefunden. Ich bin einfach nur stolz. Ich habe mich persönlich gefühlt. Ich mache Musik vor allem. Das ist mein ganzes Leben. Jetzt momentan arbeite ich für eine Deliveries-Adresse. Ich gehe mit der Gitarre dorthin, spiele eine Song und so mache ich noch ein bisschen Geld. Ich dachte, wir hatten zum Schwäckersnetz und haben einfach ein Bad durchgenommen. Oh, das ist schön. Wir haben alle eine gute Zeit und bleiben gesund, bleiben zu Hause und so. Für die ganzen Dinge, die Sie hier machen, sehr wichtig. Dankeschön für den ganzen Support. Ja, ich finde wirklich hervorragend, so einen Moment, weil es zeigt uns, dass wir auch sehr innovativ und sehr kreativ sein können, auch in so schwierigen Zeiten. Und die Heldinnen sind nicht die, die momentan das Mikrofon hier singen. Ich finde, das ist ein wichtiger Teil. Aber die Heldinnen sind wirklich jetzt die, die für uns arbeiten und für diese haben wir diesen Song gemacht. Ich bin wirklich ganz klar und ich bin ein bisschen gleiches Glückwunsch. Ich bin wirklich glücklich und kein Fest, dass wir uns nicht mehr haben wollen. Ich bin wirklich glücklich, dass ich mich da bin, ist ein bisschen zu sein. Ich bin jetzt glücklich. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Und ich bin glücklich, dass ich nicht glücklich bin, bin ich glücklich.